Das Bundesverfassungsgericht Das Bundesverfassungsgericht ist eins von fünf Verfassungsorganen der Bundesrepublik Deutschland und nimmt die höchste Stelle in der Judikative ein. Das Bundesverfassungsgericht nahm seine Arbeit am 17.04.1951 an und hat seinen Sitz in Karlsruhe und wacht über das Grundgesetz. Welche Aufgaben hat das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht ist für mehrere Aufgaben verantwortlich. Seine Hauptzuständigkeiten sind folgende. Das Regeln von Streitfragen bezüglich der Verfassung zwischen den Verfassungsorganen, das gerichtliche Überprüfen der Gültigkeit von Rechtsvorschriften, das Umgehen von Verhalten und Verfassungsbeschwerden und Rechts- und Staatssicherung. Insgesamt wacht das Bundesverfassungsgericht über die Erhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Außerdem verschafft es der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Wirkung und Ansehen. Dies tut es seit 1951. Die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts sind aus dem Grund besonders wichtige Entscheidungen, da sie die Entscheidungen der übrigen Verfassungsorgane, der Exekutive und Legislative, sowie die aller Gerichte und Behörden binden. Da das Treffen von gesellschaftlich bindenden Entscheidungen die Grundlage der Politik ist, spielt nicht zuletzt deswegen das Bundesverfassungsgericht eine so wichtige politische Rolle. Hier werden wir noch einmal genauer auf zwei von dessen eben genannten Zuständigkeiten eingehen. Zuständigkeiten und Verfassungsarten Das Bundesverfassungsgericht ist nur dann zur Streitentscheidung zuständig, wenn sich dies aus dem Bundesverfassungsgesetz Artikel 13 ergibt. Es kann, wie bei jedem Gericht, nicht von sich aus aktiv werden. Abstrakte Normenkontrolle Die abstrakte Normenkontrolle ermöglicht der Opposition ein von der Mehrheit der Regierung beschlossenes Gesetz oder völkerrechtlichen Vertrag auf die Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, jedoch nur, wenn sie ein Viertel der Mitglieder des Bundestages umfasst. Nun stellen wir uns die Frage, wie das Bundesverfassungsgericht organisiert ist. Zunächst einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten mit je acht Richtern zusammengesetzt ist. Die Richter werden zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Der erste Senat ist für Normenkontrollen und Verfassungsbeschwerden zuständig und der zweite Senat ist für Parteiverbote und Wahlrechtsprüfungen zuständig. Welchen Platz nimmt das Bundesverfassungsgericht im politischen System der Bundesrepublik ein? Das Bundesverfassungsgericht nimmt im politischen System den Platz der Judikative ein, welche die dritte Gewalt in Deutschland ist. Alle Gerichte sind politisch unabhängig. Außerdem ist das Bundesverfassungsgericht das wichtigste Gericht in Deutschland. Es schützt das Grundgesetz und die Grundrechte der Bürger, manchmal sogar gegen die anderen Staatsorgane. Zum Schluss haben wir euch nochmal die wichtigsten Punkte rausgesucht. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Deutschland. Es wacht über das Grundgesetz seit dem 17.04.1951. Es kann gegen andere Staatsorgane in Kraft treten und ist politisch unabhängig, kann aber nicht von sich selbst aus aktiv werden. Das Bundesverfassungsgericht ist das Bundesverfassungsgericht.